Hey Romy, was geht, Digga? Alles klar? So, da sind wir wieder. Geht's weiter. Jetzt müssen wir unseren Loot zurückholen. Auf jeden Fall. Da ist auch unsere Eltenlegierung dabei. Die müssen wir auf jeden Fall wieder kriegen. Wir müssen uns gleich um die Ecke schnappen uns das einfach und dann hauen wir ab. Zack. Das da müssen wir glaube ich noch scannen. Kaktusnuss. Okay. Wollen wir jetzt mal hier aufladen. Okay. Okay. Nice. So schwer sind die gar nicht. Okay. 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 Komm, machen weg. Oh damn. So ist er. Ja. Da geht er down. Da geht er down. Und war noch einer hier, oder? Ne. Wir haben alle. Einen hatten wir schon gekält. Nein. Jetzt haben wir nochmal eine Legierung gefunden. Na. Come on. Und hier drüben ist unser Loot, oder? Sehr gut. Zurück zum Absender. Alles klar. Jetzt hier noch was zum Scannen. Da oben waren wir schon gewesen. Hier machen wir unser Leben voll. zurück. Gut. Da waren wir schon bei den kurzen Pflanzen. Dann gehen wir jetzt mal da runter. So. Oder wir gehen erstmal zurück. Und bringen erstmal das Zeug zum Raumschiff. Hoffentlich, dass wir das Sterben alles nochmal holen müssen. Zack. Ab zum Javelin. Nice. So. Was kommen wir hier? Ah genau. Schnelles Nachladen. Sehr gut. Gegönnt worden. Das ist gut. Gegenstände. Was ist das? Bombengranatenstabilisator. Möglichstes Tragen und Halten von Bombengranaten. Größere Explosionen. Ja, damit können wir nachher die ganzen Dinger freischalten. Vorderliches Element unentdeckt. Alles klar. Gut. Haben wir noch Post bekommen? Nein. Dann nehmen wir hier noch. Haben wir auch schon voll. Alles klar. Dann gehen wir mal hier den anderen Weg noch lang. Das war hier rechts runter. Da dann. Mal schauen, was da passiert. Wie sieht das gefährlich aus? Ob das auf uns schießen will? Doch, das scheint eine Art Kamera zu sein. Was? 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 Das ist eine Art Kamera. Ha! Der jagt ja alles in die Luft, der Freak. Da kommt man durch. Hm. Okay, man muss sich anschleichen, alles klar. Okay. So, wir gehen erstmal hier rüber. Wir gehen hier rüber. Wie geil, voll ins Auge gepiekt. Schade, jetzt können wir nicht mehr scannen. Was sind das für Dinger? Riesige Bombengranate, okay. Ah, geil, die können wir wegkicken und dann explodieren die, oder? Boah, übel. Die Tür ist offen und dann kommen wir ins Lava-Gebiet. Die Tür ist ein Seismic Instrument wieder. Das ist ein Seismic Instrument wieder. Na, jetzt kennen wir ihn doch, Digger. Tschüss. Das ist ja noch irgendwas Interessantes, das sieht komisch aus. Da gibt's noch was. Oh, oh, oh. Nein, 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 nicht in die Lava, Digger. Oh, 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 oh. Ah, okay, da müssen wir eine Bombe rein schmeißen. Da müssen wir von hier aus dahinter kicken. Hm. Ah, jetzt können wir hier den Greifer nehmen und damit die Bomben greifen, oder? Nee. Noll. Einfach das da nehmen, oder was? Einfach da reinkmeißen. Ja, das sind ja auch Bomben. Warum steht da Greifer, wenn das Bomben ist? Das ist ein Digger. Krass. So, haben wir den Ebenkoll. Was haben wir hier? Das ist nichts Besonderes. Da muss das Material. Sehr gut, schauen wir mal hier hin. Sehr gut, schauen wir mal hier hin. Wie, das ist noch mal hier. Na, kommen wir mal, Digger. Ja, jetzt können wir einen Scannen. Na, Scannen doch! Yes! Boomerang Einsiedler! Okay. Jetzt sieht es irgendwie nicht so aus, als ob es da etwas Wichtiges gibt. Dann gehen wir auf der anderen Seite weiter. Wie lange? Oh, dammit! Gehen auch noch einige Dinger oder was? Oh, es springt noch! So, das nehmen wir. Nice! Okay. So, das sind wir leavened. Okay. Okay. So, das ist ein bisschen leavened. Okay. 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 So. Okay. Das ist gar nicht gecheckt, dass die Plattform da eins runtergeht. Gut. Oh, Fett-Aluminium-Gegürtel. Na komm, dann gucken wir noch in den anderen Raum. Vielleicht gibt's ja auch noch ein Level-Dinger. Ich seh keins. Hier ist die Kontur oder so. Ja, auch so eine Falle. Vor allem kommen wir wieder hier hoch. Das geht doch gar nicht. Ah, da hinten die Dings. Da kann man die Tür sprengen. Doch, doch, da ist die Level-8 drin. Zack, Level-Up-Digger. Was ist das? 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 Genau. Und die Tür. Hä, hier war doch irgendwo eine Tür. Ich hab doch eine gesehen, wo ich nur noch sprengen konnte. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Da, da. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das! So, das ist das. Das ... Das ist das. Explanierung und Analysierung. Übel. Alter, das war ja ultraversteckt. Krass. Jetzt wieder zum nächsten Lava-Bereich. Jetzt mal hätten wir den Schrein vielleicht noch scannen können. Das wird es vergessen, weil ich eigentlich nicht so viel Bock auf Mariel zu krabbeln. Ja, doch, den müssen wir noch scannen, den Schrein. So. Noch was? Gut. Nichts vergessen, wir wollen natürlich wieder im Stream, so gut wie es geht, auf 100% zu spielen. Und wo sind wir jetzt? Ist aber weit. Zack. Dann kommen wieder fliegende Freaks. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wir sind in dem Rauburger schon. So, dann hätten wir ihn auch einfach da dran gehen können. Na gut. Raus hier. Weck he. Genau. Da ist wieder er. Da können wir wieder ins Auge pieken. Tschüss. Ha ha ha. Geil. Das klingt sogar Silizium, wenn wir den ins Auge pieken. Gut. Dann kommen wir mal durch hier. Und jetzt wissen wir auch, wie wir da die Türen sprengen können. Da gab es noch etliche Türen zu sprengen. Da müssen wir einfach hier die Dinger nehmen. No, 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 no. Aber erstmal bringen wir das Zeug zum Schiff. Wir machen ein paar Upgrades. BAMS. Neue Nachricht bekommen. Spannende Neuigkeiten. Hallo Kunde. 32, 94, 53, 0, 45. Wir hier bei der Monocorp First Galactic Bank of Commerce. Ein stolzes Mitglied der Globoverse Gruppe freuen uns, Sie über eine wunderbare Entwicklung ihrer finanziellen Situation zu benachrichtigen. Ihr Konto stand minus 492.000 Dollar und 237. Stand heute. Auch wenn diese Höhe eine Verschuldung an erheblich erscheinen mag, können wir mit ihren kürzlich erfolgten Beförderungen zum intergalaktischen Forscher in Verbindung mit der damit einhergehenden Erhöhung eines Jahreskreises um zwei Prozent davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich nur 47 Jahre schuldungsfrei sein werden. Diese Prognose stellt einen signifikanten Rückgang gegenüber ihrer vorherigen Prognose von 51 Jahren dar und hebt sie in Bezug auf den Schuldenabbau in der Gesamtbevölkerung weit über den Durchschnitt. Nach sorgfältiger Prüfung dieser jüngsten Entwicklungen wurde die Entscheidung getroffen, den Status ihrer Schulden von Lähmend auf stark schwächend herabzustufen. Herzlichen Glückwunsch und weiter so. Ihre finanzielle Freiheit ist nur noch ein halbes Jahrhundert entfernt. Wie geil. Gut. Was können wir upgraden? Gegenstände. Aber okay, das da. Das brauchen wir unbedingt. Und hier. Greif aus der Ferne auf kompatible Objekte. Drücke L1, wenn du dich in Reichweite eines Greifpunkts befindest. Sehr gut. Damit können wir auch neue Wege freischalten. Protonenseil. Töte es mit Feuer. Das würde ich mal als nächstes machen. Töte es mit Feuer machen wir jetzt. Dann können wir jetzt die Bombengranaten freischalten und uns dann mal da unten die ganzen tausende Höhlen, die wir schon gesehen haben, mal alle zur Brust nehmen. Genau, da würde ich jetzt auch hingehen. Dann können wir mich jetzt auch mit dem Breifhaken. Genau, da würde ich gleich hier hoch. Zack. Supergut. Boah, übelst. Endlich müssen wir nicht mehr tausendmal hier rumklettern. Übelst gute Verbesserung. Dann geht es auch noch weiter hoch. Wir krabbeln erstmal hier hoch. Dann gehen wir hier hoch. Genau. Jetzt gehen wir da hoch. Hallo. Hallo. Von hier auszuweichen. Doch, jetzt geht's. Da geht's, alles sagt, also mehr nach oben, als viel zu schräg. Geht das auch, wenn wir springen? Ja, nice, alles da. Es geht auch in die Luft, super. Geht so was zum Scan. Wir haben wohl ein Krass und manchmal Level-Ups versteckt. Das Geheimnis. Okay, hier geht's auch noch weiter hoch. Da müssen wir auch. Das ist normal. Ne, das ist ein Talschügel. Das ist klar. Neuer Stoff. Nice. Da gibt's wieder eine Legierung. Da müssen wir erst mal hoch. Was ist das? Aha. Ja, Aluminium. Sehr gut. Immer noch nicht. Hä? Wir haben das schon kaputt gemacht. Aha. Hier ist noch eins. Alles klar. Sehr gut. Haben wir die nächste Legierung gefunden. Später wieder was upgraden vielleicht. Ist das da? Das haben wir schon gescannt. Ist alles hier oder was? Was ist das da in der Luft? Das ist bestimmt daheim. Das sieht so aus. Mal da rüber. Mal da rüber. Mal da rüber. Mal da rüber. Mal da rüber runterladen. Ach, oha. ignored so. Ok, hier müssen wir jumpen. Oder wir müssen unsere Greifer einsetzen. Haben wir noch welche? Doch, wir haben noch welche. Zack. Kannst du hier klettern oder was? Das ist zu weit. Aber da, das müsste gehen. Aua. Wo ist das Ziel? Ich sehe es nicht. Wo ist das? Wo ist das Ziel? Das ist doch hier unten. Wir müssen noch gar nicht so weit hoch, Digga. Falsche Taste gedrückt. Da ist es doch. 0. 0. Was gern? Treibstoff. Sehr geil. Ich möchte nach Hause, Trophy. So. Jetzt müssen wir da hoch. Da höherein. Wir müssen nach頭 hoch. Weiteren zurse. Dann. ErrLED voting. Var. Oh. Ihr Nine Gut. Gut. Ah, ich drück immer die falsche Taste, und vorher war es so, dass man die andere Taste drücken musste. Ey, das gibt's doch gar nicht. So, hier lang. Na toll, na toll. Jetzt gehen wir erstmal zurück zum Schiff. Null. Gehen wir den Treibstoff ab. Ich weiß nicht, dass wir die dicken. Zwei Stück. Ich schaffe mir nicht, für zu wenig Leben. Hey, wir sind überhaupt hier hochgekommen. Was ist das? Du kommst dafür, glänzende Dinge zu fressen, die nur rumliegen. Leute, was ist das zur Hölle? Können wir den da runterkicken? Können wir den nächsten Teleporter, da hinten ist einer. Hm. Da oben ein bisschen hoch, Alter. Richtig mies. Ich habe keine solche Greifer-Dinger mehr. Also nicht, wo wir noch welche bekommen. Die Samen, oder? Woher bekommt man die anderen hier auf? Doch, die kriegt man auch. Ja, hatten wir ja wieder genug. Sehr geil. Ich muss einfach erstmal so einen Weg basteln. So. Hier hoch. So. Hier hoch. Und noch. Und noch. Und noch. Und noch. Gut. Also da oben brauchen wir ein. So. Das ist. Ja. Das geht. So. Gut. Das dann einfach kaputt machen. Genau. Dann gehen wir nämlich dann da rüber. Machen wir hier noch einen. Weil das am besten gar nicht springen müssen. Und springen wirkt immer das Risiko, dass wir runterfallen. Und am besten so hin und her hangeln können. Genau. Jetzt da rüber. Und am besten gleich da hoch. Genau. Und da rüber. Und dann da rüber. Und dann hier rüber. Sehr gut. Und dann da hoch. Super gut. War doch gar nicht so schwer. Digga. Und da haben wir einen Teleporter entdeckt. Super gut. War nicht scannen. Ne. Kennen wir schon. Das gleiche. Alles klar. Hier noch was in der Spitze des Berges Hier gibt es Explosionsdinger, sehr gut Oh, die sind neu Das ist Vogel Alpha Die fliegen dann glatt Die anderen tun jetzt quasi nix Damn, was ist hier los? Da kann man was sprengen Das müsste mit dem hier gehen, da brauchen wir kein extra Dings zu machen No Dann nehmen wir das hier Zack Super gut, da haben wir wieder Level Up Bisschen Zeug Alles klar Was gibt es hier noch? Das ist wenn wir da unten in die Lava einschmeißen Da kommt der Lauf Da kommt der Lauf Das bringt gar nix Das machen wir hinten weiter, was da noch geht Da noch nix Das ist auch nur Lava Und hier hinten Das ist matt Alles grüne, was ist das? Das ist nix anscheinend Das ist einfach nur Deko Ich will trotzdem ganz gern Ich will alles gern Das sieht nicht so aus, als ob es da weiter geht Geht vielleicht durch den Busch Nein Geht vielleicht im Gras Ich glaube doch, da ist ein Level Up Sehr gut Was? Wir haben erst 21 von 100 Ja Lul Das ist logisch Die ganze Zeit Einnahme an den Pullern Die Sieger Geht es da hoch Sieht nicht so aus Mal gucken, aber hier vorne gab es auf jeden Fall noch Wege, wo es hoch ging Das scan Nope Nix mehr Neues Haben wir alles schon gesehen Hier oben schon geschwind drei Level Punkte gesammelt Dann gehen wir mal hier hoch Und dann gehen wir auf Dann kommen wir auf Sehr gut Hier oben noch Sehr gut Der Baum kommt mir nicht bekannt vor Geht da was wenn ich da draufschieß Ich hab noch einen Mats, hab ich auch nicht gesehen. Na egal. Ich glaub Mats haben wir zur Zeit genug. Ist da was? Nein. Hier rauf. Leben haben wir voll. Und jetzt. Ah ok. So ein. Zack. Hier kommen wir so rüber. Oha. Oha. Dammit. Kann man nicht nachdenken. Bestimmt da oben die Gäden. Oder? Doch doch. Ja come on. Ich hab gar nicht gedacht, dass es in dem Game sogar Bosskämpfe gibt. Nur. Ja. 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 Ich find das Aiming immer noch viel zu lahm. Das gibt's doch gar nicht. Oh das hält gar nicht an. Oh das hält gar nicht an. Na ja das Aiming ist viel viel zu lahm und wir müssen die Dinger zurückgehen wenn wir sich überhaupt nicht bewegen. Oh mein. Ist hier was neues? Ne noch nicht. Tüte es mit Feuer. Ja. Aber wie sollen wir es mit Feuer töten? Wir haben nichts mit Feuer. Da müssen wir hin. Wir erledigen den jetzt. Kein Problem. Und hier noch was. Ich glaub hier haben wir noch nicht geguckt. Gut vielleicht ist es sehr leichter wenn man erst noch die Bomben hat. Aber ich find der war eigentlich okay. Da hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Ich denk mal den können wir ganz gut schaffen. Oder wo müssen wir hin? Ja der ist noch dahinter. Ist bestimmt an dem vorbei. Egal wir machen den jetzt einfach. Was soll der Shit? Ich könnte das reduzieren. Ist auch total unnötig. Das klingt gar nicht. Nein. 2 auf einmal 3. Sehr gut. ganz davor da vorne gab es noch leben damit ich hoffe dass es nicht resettet es wäre richtig mies ja ja und weg das einfach nicht jetzt na komm, das ist doch kaputt jetzt wir werden mal wieder hier vorne dann müssen wir leben ja, noch kaputt das ist dann weg, Marco ja, noch zwei hier vor jetzt hier lang kommt noch ein Ding an, dann haben wir da geht er down weg nice felskralle besiegt silber troffi ist da super gut ich habe nicht gedacht, dass es bei dem game sogar boss gegner gibt, wie krass bombengranatenschrein bombengranatenschrein super so, jetzt scannen wir auch noch na, scannen wir doch sehr gut genau genau, da brauchen wir nämlich auch eine tschüss nicht weiter gibt es noch was hier sieht nicht so aus da brauchen wir leben da gibt es zwei Wege, da gibt es bestimmt Treibstoff wo wir so zunächst machen wir das ja, teleport super gut ich bin in drei stunden schon ordentlich vorangekommen bis jetzt macht es mir immer noch richtig richtig Bock für das Spiel hammergeil Come on! Third best, okay? Da ist jetzt was Neues zum Scan. Ein ekelhafter grauer Pilz in einem endlosen Zustand der Verwesung, wie knapp verfolgt ein Krabben. Na lecker. Oh, da gibt's was Neues. Festbombenpflanzen. Als Wissenschaft in Schmelzgranaten. Da gibt's gut. Ich hoffe der greift uns nicht an. Ne, der ist doch freundlich. Jetzt noch zum Scan. Jetzt haben wir ihn auch mal gekillt. Das ist nicht besonders eindrucksvoll. Wir können einfach hier mit seinen Dingern Giftgranaten schmeißen. Ich weiß nicht, ob uns das sonst noch hilft außer im Kampf. Wir brauchen unbedingt Leben, Digga. Was los hier? Oh, da gibt's was Interessantes. Das sieht gut aus. Rätselhafte Tafel. Ich empfange ein schlüffendes Videosignal. Das sieht gut aus. Erstmal darüber. Boah, Merkgefühl scharf von außen lohnen von drinnen. Okay. Das hört sich gut an. Und da drüben gibt's Leben. Und hier gibt's bestimmt wieder ein Level Up. Ja. Nice. Gut. Boah, aber kein Leben mehr. Bisschen normaler, oder? Das sind Talmopse. Talmopsvögel. Jetzt können wir, glaube ich, noch was mitnehmen. Mit den Taschen voll, okay. Und das da sieht gut aus. Sprung Alien. Okay, neue App Missionen gefunden. Wo ist diese große Pflanze, die wir gesehen haben? Wenn es das so klang, ist das so klang. Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja. 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 Ja, oder? Ja. 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 Nichts mehr zum Scannen, da kommen wir hoch eventuell. Hier drüben geht es auch noch weiter. Aber da kommen wir nicht drüber. Oder doch? Doch, doch, das geht. Zack. So. Mal schwingen. Oh, wie geil ist das denn? So, das liebe ich. Wo geht es lang? Da. Ah, ok. Da gibt es was. Da fehlt was. Ah, ok, das kennen wir doch. Da haben wir einen Vogel. Doch, doch der geht. Und tschüss, Digga. Nein. Neben. Du bist der Nächste. Doch, der geht. Nice. Oh, what the fuck. Ist immer noch zu geil. Geheimgang. Es fehlt eine Sedition. Sehr schön. Gut. Und hier. Genau. Brutal Snatch. Haben wir auch schon mal einen erledigt. Gucken wir jetzt weiter. Da oben. Da oben. Oh je. Die viele müssen wir nicht finden. Gucken wir erstmal, wie der hier ungefähr auf unserer Ebene ist. Ne und da oben. Dann hierenced. Und dann läufts was zu. Viele ist weg. Ne, das war einmal David dazu. Oh Gott... Das sieht gut aus, oder ist doch einer? Oh, ein roter! Das habe ich noch nie gesehen. Ich kann mal auf das Gännen... Oh, oh damn! Übelst! Was haben wir hier? Haufen davon, da haben wir noch eine neue Quest. Gegenstände... Ah ja, hier, das können wir machen. Aber da fehlt uns... Aluminium, glaube ich. Da haben wir noch was Neues. Alienforschung. Hm... Videos... Ne, da ist doch nichts Neues. Ich kenne gerade alles schon. Nachrichten, welchentlicher Wetterbericht... Ja, Digga... Hm... Da geht's... Genau, hier müssen wir lang... Loot wieder zurück... Statusprüfung... Wir gucken auf jeden Fall viele Missionen... Hätte ich gar nicht gedacht... Einfach nur Open World erforschen... Einfach nur Open World erforschen... Einfach nur Open World erforschen... Aber ich finde es gut... Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, okay, da kommen wir auf... Oh, jetzt schon wieder neue Missionen... Alter, wie viele Missionen... Was sieht man denn hier? So... 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 Diesmal macht man weg Digga... Oh was haben wir da... Find das was... Ne... Das ist noch... Überrest... Das ist doch noch ein Gegner, oder? Cool. Gut, was haben wir hier? Ja, hier gibt es wieder einiges zum Scannen. Ah, das können wir mit Säure, können wir die, glaube ich, auflösen. Wo ist denn unser Loot hier? Da. Natürlich nur das Wichtigste. Ich weiß nämlich nicht, ob der verloren geht, wenn wir dann nochmal sterben. Gut. Doch, das geht wirklich kaputt. Lol, aber da passiert nichts. Aber gut, vielleicht ist ja in einem was versteckt. Noch mehr solche Blumen. Auf jeden Fall sollten wir das mal versuchen. Shameful body your body. Okay. Schwarz ist gold. Texas T nicht im geringsten. Okay. Aha. Sehr schön. Doch was gebracht. Dinge aufzulösen. Ja. Das war es, glaube ich, das war auch gewesen hier. Hier. Dann machen wir noch schnell lesen. Und weg hier. weiter. Was muss ich mit mir machen? Ah, okay. Schalter aktiviert. Jetzt haben wir schon. Dann geht es hier drüben weiter. ein Hammer. Zweite. Jetzt kommt der Ruder. Jetzt kommt der Ruder. Jetzt stärker. Jetzt abweg. Yes. Gut. Gut. Nice. Keine Muka. Ah, okay. Objektiv gibt es, Polen. Sieg auch weiter. Ach, da oben. Boah. Man kann sich jedes Mal auf der Hub klettern, oder was? Von hier hoch. Können wir bestimmt von oben auf den Schneiden. Was, die Pumpe. Da ist es noch rot. So. Das mache ich nicht. Perfekt, der. Gibt es weg oder nicht? Null. Auf jeden Fall müssen wir diese Dinger weg, dieses Dings weg machen. Ach, Null. Ich dachte, wenn man das gedrückt hat, dann läuft es nicht ab, aber man hat nur 5 Sekunden Zeit, die zu schmeißen. Ah, falsche Tat, Digger. Haben wir jetzt eins oder nicht? Null. Nein, haben wir nicht. Digger. Ist schon nervig. So. Jetzt aber. So. Jetzt noch den einen hier. Sonst hat es da nichts. Gut, dann holen wir den einen noch weg. Jetzt aber. Oh, morgen. Wie viele braucht der? Nicht dauert es einfach nur so lang. Lassen wir uns mal noch einen drauf, ne? Nicht warten müssen. Aber ich finde, dass eine Bewegungssteuerung funktioniert übel gut. Nicht von anderen hier ein schlechteres gewohnt. Und dann geht der halt einfach nicht weg. Geht so offensichtlich nicht weg. So ein Bug. So ein Bug. Und dann geht's. Okay. Und dann geht's. Ja, jetzt kann man den nämlich auch wegmachen mit dem Gegner. Gut. Gut. Ja, wo der Blut ist, zum Glück wieder nah dran. Na. Ist es keins mehr oder was? Nur das eine. Doch da drüben hat es noch welche. Sehr gut. Schöner Level ab. Jetzt müssen wir da runter. Zack. Jetzt aber. Super gut. Nice. So. Jetzt sagen wir hier durch. Schauen wir mal, wie wir jetzt rückkommen. Da hoch. Nacht läuft auch weiter. Hier lassen wir mal stehen die Jungs. Naja, wir müssen noch weiter. Und dann gab es da noch einen Weg. Eben habe ich noch einen gesehen. Hier müssen wir mal noch ausprobieren. Wie kommt man da hoch? Hier gibt es noch Material. Hier gibt es noch einige Wege. Oh, what? Was ist das? Gut. Dann müssen wir uns anschleichen. Mal gucken erst mal hier in die Höhle rein. Gas-Fürmiger Unterbau. Okay. Das ist noch Aluminium. Ja, sehr schön. Aluminium brauchen wir. Ja. Die sind auch neu. Ein infizierter Mops-Bogel. Also Pilze, die kenne ich noch nicht. Da haben wir ein Level up. Und schon mal wieder Level up. Na, vom Morgen. So, jetzt sind Es gibt einen Locks-Folgen-Friedhof, das Ding. Also, Counter-Steiner ist nicht besonders. Hier gibt es noch mehr AR. Oh, wtf. Alles noch hoch. Das Material, sehr gut, schön, Aluminium, jetzt kommen wir. Ich hoffe, die sind gechillt. Ich hoffe, hier haben wir diese vielen Dings, vielen Lampen. Jetzt eine Bombe. Hier brauchen wir die. Hm, das machen wir mal mit. Jetzt kommt ein Rot. Jetzt kommt einfach mal dahinter. Wieder ein Level ab. Dann müssen wir hoch. Dann müssen wir hoch. Okay, also dann müssen wir... ...Dinger machen. Da. Oh, Dinger. Oh, Dinger. Good. ... ... ... ... ... Hier ein. Hier ein. ... ... ... Und da oben brauchen wir eine. Dann sind wir da. So, hier rüber. Dann hier rüber. Dann hier rüber. Da hoch, da rauf, dann da rauf, dann sind wir schon oben. Gut, die Pilze von CNET Ziegen, sehr geil, ich finde es immer wieder geil, die man ständig neue Bereiche entdeckt, ich finde es, mir gefällt das mal. Man hat immer das Gefühl, dass man nicht alles entdeckt hat, dass man immer noch was verpasst hat und noch mehr entdecken kann, das finde ich echt gut, dass man das nächstes Mal nochmal wiederkommen kann und trotzdem noch was zu finden hat. Oh, was ist das, das ist neu. Das ist ein ganz freundes Tempel. Ein bisschen in der Nähe, sagt er. Das ist auch neu. Es gibt rechtlich schwache Verdunung, aber genug von dir reden wir über diese Pflanze, lol. Die geht nicht kaputt. Und hier hat er gesagt, dass es ein Geheimnis gibt. Und hier hat er gesagt, dass es nicht mehr so sehen, dass ich nicht mehr so sehen. Die Bienenschwamme oder so. Ja, voll guter dann. Gucken wir mal nach hier unten rum, lassen wir mal die. Gucken wir mal nach hier unten. Oh, Geheimgang. Doch, doch, da ist was. Oh, Geheimgang. Zum Stampfen gemacht. So, und so was, das ist ein Rauch hoch. Ne, da ist was, da wollen wir nicht hoch. Okay, gucken wir mal hier weiter. Doch, hier gibt es auch noch was. So, können wir da wieder einen Files nehmen. Ne, ist keine Kasse. Hier unten noch. Irgendwo gibt es hier was. Es kann auch sein, dass das Ganze da oben ist. Können wir auch noch. Können wir mal hier leben voll. Und das da müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist doch klar. Ist noch nicht genommen. Ne, das Teleporter. Dann schauen wir hier unten, wo der rote ist. Na komm, geh doch da unten, Digga. Jetzt. Schnell Leben organisieren. Oh, ich bin schon fast nicht mehr zu sehen. Hehehe. Gut. Guck mal hier unten. Ob das noch so geht. Nix. Nix. Nix zum Scan. Da auch nix. Nix zu Gang. Auch nix, oder? Kann man da durch? Ne, ne, da geht nix. Schnell, was geht. Guck mal auf den Balls, 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 den Balls und den Balls, den Balls, up. Und hier, das Feikelbestätten Level up. Und... Nix. Absolut nichts. Das gibt's doch gar nicht. Doch, doch, da ist was... das Teilfragment das kennen wir schon ok, na gut das Teilfragment gefunden, wobei das gut ist hier ist nichts ja, da war doch schon ein das zeigt zwar schnell da, nice 2, gut geil das ist noch eins dann kalt an das ist eine Biene jetzt nice Das ist der Handless. Aluminium, sehr gut, das ist aber wichtig, erste Hilfestation, das haben wir da unten, wir müssen da auf die Pilze raus, da hoch, sehr gut, zwei zerstört, 15 Meter, wo denn? Ach so, da ist der Schwein, jetzt weiß ich auch, dass der Schwein da ist, wir wissen wo die anderen Frequenzen sind, das ist ein Faktiker, Da machen wir das jetzt erstmal, hier war gleich ein Teleporter um die Ecke, da ist er, bevor wir wieder sterben. Und sowieso müssen wir dann mal gucken, was dann als nächstes wichtig ist, ob es uns das gerade überhaupt was bringt, hier so viel rumzuhängen. Dafür vielleicht lieber erstmal was anderes machen, boah, immer fett abgesahnt, hier Gegenstände, was können wir machen, genau das, da brauchen wir, können wir endlich Bomben mit uns rumtragen, was hier, kann 5 Gegenstände aller Art tragen, ja, das ist nicht schlecht, will ich aber jetzt nicht unbedingt verballern, weil wir hier das für Fliegen erstmal. Halte 4Eck und X gedrückt, um aufzuladen, lass los, um zu aktivieren. Okay, und hier Visier. Waltet deinen Scanner meinen größeren Erkennungsbereich, sehr gut. Sehr schön, hier können wir das noch machen, hier Rucksack. Doch, Rucksack geht auch noch. Super. Super gut, Kindex, oh, wir haben schon fast 60% entdeckt, sehr gut. Erkunde den Turm, verwende den Scanner, findet das Teilfragmente, genau. Was haben wir hier? Fortschrittsbericht, das können wir mal machen, das ist doch, glaube ich, nicht schwer. Neuer Bericht, ah ja. Bitte schließe diese kurze Befragung zu deinen bisherigen Erfahrungen ab. Lass uns anfangen. Start, Abenteuer, die allein erlebt wurden, 100%. So einsam. Du beschreibst deine Erfahrungen als sehr schön. Gesamtzeit der Mission, fast 4 Stunden schon. Anzahl hergestellter Upgrade, 16, sehr gut. Insgesamt gestorbene Körper, 4. Spaß, deine Zufriedenstimmung ist hoch. Geschen dir einen schönen Tag. Erlange Zugang zum zentralen Turm und ermisse seinen Zweck und Wert. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Videos haben wir neue, nice. Die ziehen wir uns noch rein und dann machen wir für heute Schluss. Oh, hi, yeah, good to see you again, yes. I hope you're doing well, and thank you for your continued dedication. I'll keep this up. The day you've gotten so far has signed on a middle alarm in our system. We're not entirely sure why, just today. But inside that tower that we discovered is something of immense potential. Get inside, find out what it is, and bring it back. It's a huge reward waiting for you if you do it. Good luck. Dude, it's so creepy, I know. Celebration. Celebration. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. You got it. ...explosers, turning over rocks, documenting the local climate and outlanding vast amounts of data from the Kindred Science Team. That's what I'm talking about. We assume a failure and a death rate of 15% across our various endeavors. So the fact that you're alive and receiving this message brings a warm glow to the hearts of the entire Kimber team. Bingo! We've got a winner. We would also like to take a moment to highlight your best of 79. The audience has a stable eye, but he's high-trapped in this. Wow! Now, it may look painful, but this could hold the secret to curing some illnesses which continue to haunt our species, such as herpes simplex or rogue limb. So, good luck to you, HufftuffPastor79! Ah, ok. Ah, huh, ha, 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 ha! So, next time, we're gonna see, which plants are for the best potential future home for humanity continues, and we have you to get for it. Keep exploring! Now they're really well, the videos. So, Brain Wipes! Loll! Sammler Objekte, wie viele haben wir da? Uh, da geht's auch schon ordentlich vorwärts! Sehr schön! Sehr gut! Wollen wir noch was machen? Da geht nichts mehr! Wie sieht's aus? Hier können wir endlich mal starten! Nix! Hier können wir auch voll machen! Sehr gut! Oh! Da haben wir schon ein paar neue gekriegt! Cool! Nice! Ah, da ist der Planet, wo wir uns befinden! Player One! Jetzt ist da unten drin ein Foto! Oh, man kann sich hier leider nicht drucken! Ich meine, jetzt sind Leute zu oft hängen geblieben oder so! Deswegen hat man das so gemacht, dass man nicht drucken kann, um da irgendwo reinzukriegen! Gut! Dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart! Auch ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei! Ich finde das Spiel hammer, hammer geil! Macht's richtig viel Bock! Und bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Pizza Hut! Ciao, ciao! Vielen Dank.